Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde TTT, heute wieder mit Blacklara, Whisky, Shadow und meiner Wenigkeit. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt mal ein bisschen Spaß hier. Und vielleicht kommt ja Kevin auch irgendwann wieder dazu, aber ich glaube wahrscheinlich erst in der nächsten Folge oder Runde. Nein! Ja, ist nämlich weg. Obwohl, ne, eine Stunde. Eine Stunde hat er gesagt, dass er braucht. Ich bin Vorbereitung. Jetzt bin ich unschuldiger. Lara? Bist du sicher? Hi, Shadow. Hi. Lara ist die Einzige, die niemals unschuldiger sein kann. Sie ist immer unschuldig sie. Tja, drei Boys. Ja, alle umschwärmen mich, das finde ich super. Ich bin eine Biene. Nee, Bombe kann man nicht hochsprengen. Wenn dann noch Hummel. Ging wohl doch. Aua! Ja, durch Traitor-Falle ging's hoch, ne? Ja. Mit einem Leben. Mit einem Leben hat es geschafft. Oh, Mann. Ich hab gehofft, dass ihr euch alle drei dahin stellt. Ach, schön. Nein, wir haben verloren. Wer war jetzt Traitor eigentlich nochmal? Was? Wer war Traitor jetzt noch? Lara. Sarko. Innocent. Innocent. Unschuldiger. Innocent. Ich bin Captain Planet. Ich komm da drin. Ich komm nie die Dinger hoch hier. Sind wir wieder gleich in Pakt-Situation hier anscheinend. Bring und duken gleichzeitig. So. TNT. Boom. Ja. Okay. Ja. Klasse gespammt kann ich nicht. Geht nicht. Ne. Du hast gleich die falsche Taste gespammt. Ja, sorry. Warte, ich mach's nochmal. Ja, ja. Ich hab ein Weißfoto. Was war denn das? Ach so, ich dachte, Bro, du bist es. Ja, toll. War doch offensichtlich, dass ich es nicht war. Ich hab was der einzige, der überlebt hat. Ja, du doch auch. Ja, aber ich weiß, dass ich es nicht bin. Ach so. Das rechtfertigt für alles. Ich dachte aber jetzt auch, dass es einer von euch beiden ist. Ich bin getrückt, dass ich einfach selbst umfahre. Das war schön. Ich hab gehofft, dass es explodiert, wenn er dabei ist, hab ich schon wieder weg. Geht das innenst hoch? Ja. Ah. Kann man das von Weitem aktivieren? Ja. Solange die Hand siehst. Also nicht unendlich weit, aber... Von etwas weiter weg, ja. Ich hab keine Hand, leider. Naja, ich hab auch keine freie Hand. Aber dann macht's klick, klick. Hm. Oh, wer schießt? Ich. Huch. Ah. Was explodiert? Hat noch explodiert? Schäde. Ah. War das jetzt später, Waffe? Ihr seid da hinten. Du bist da gerade aus der Wand gekommen. Ich... Hier ist ein Durchgang. Hier ist ein ganz normales Dingsy. Ja. Ich hab euch gesucht gehabt. Ja, gut. Dann trau' ich dir mal zwei Minuten. Aber wo ist Hiski? Da ist Hiski. Da steht Born. Seid ihr alle zusammen gewesen? Born to be right. Äh, ja, relativ zusammen. Ja. Hm. Ich hab die Verdrücke, äh... Du oder Hiski? Ich bin's auf jeden Fall nicht. Das kann ich für dir versprechen. Schon lügt er. Dafür steh' ich mit meinem Namen. Hiski. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was Hiski heißt, ne? Urbanistisch, Integrierte, Superkünstliche Intelligenz. So, ich hätte erinnert, jetzt sind die Falle aktiviert. Hiski ist es. Ich hab voll auf den T-T-Pass geschossen, aber in der Ecke ist es explodiert. Hiski ist es. Ich verdächtige, Pro. Oh, der ist jetzt verbrannt. Oh, der ist jetzt verbrannt. Sind das nur noch W2? Ja. Shadow? Jetzt bin ich verbrannt. Ja. Lebt noch. Okay, sonst hätte ich ihn jetzt nicht geschossen. Ja, den hast du doch gerade gehört, dass er gestorben ist. Da ist er doch. Achso. Ne, dann ist er hier. Da ist er doch. Ich hatte also doch recht. Warum hab ich dir zwei Minuten geglaubt? Muss auch mal mir vertrauen, hallo? Ich bin deine Unschutzengel. Was bist du? Shadow hat einen Vorteil, das ist ein Problem. Unschutzengel. Was ist das für ein Vorteil? Das kann ich so jetzt nicht sagen. Hm. Verdächtig. Warte, Brandgranate nicht dahin gehen. Oh. Oh. Mach's gut, Nubi. Hallo, Lara. Hi. Hallo, Whisky. Machst du denn da oben? Kommt man denn da hin? Muss niesen. Huuui. 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 Ganz im Mikro. Batsch. Der ganze Bildschirm. Batsch. Alles ins Mikrofon reingerotzt. Alles. Saber und es tröpfelt jetzt vor sich hin. Ich muss schon wieder niesen. Nies, Katze. Entschuldigt. Gesundheit. Danke fürs Gesundheit. Danke. Allergie oder was? Äh. Ja, auch. Ich bin hier weit. Mein Meines, bei dir wird frisch gemäht. Hm. Es kann auch sein, dass es ein Häcksler ist da draußen. Hört sich eher danach. Ich weiß es nicht. Ich kann solche Geräusche nicht auseinanderhalten. Da. Nein, ich hab keine Allergie gegen meinen Chat. Shit-Allergie. Habe ich mich angekriegt. Hast du mich gerade angeschossen? Aha. Hä? Lara ist es. Ich weiß nicht mal, wo du bist, Shadow. Lara ist es. Ich war vorhin bei dir die ganze Zeit. Ja, aber jetzt weiß ich nicht, wo du bist. Warum schießt du auf mich? Äh. Aua. Aua. Du hast ihn umgedacht. Siehst du? Ich war es nicht. Weil er auf mich geschossen hat. Ja, weil du verraten hast. Womit? Na, weil sie die komische TNT-Bombe aktiviert hat. So. Ah. Ich bin unschuldig. Ich hab nur Leichen gesehen. Ich bin aber einfach zu weit weg. Du hast nur Leichen gesehen. Du hast einfach auf jeden geschossen, den du gefunden hast. Ja. Warum kann ich die Waffe da nicht auf? Darum. Wartung. Das gehst du schon mal nicht. Wieso? Wieso? Ups. Weil du mich jetzt gerade in Lava hättest schubsen können. Ach so, ja. Schon die Schwetterfalle, die das. Ich hab's ja auch gemacht und mit, äh, ne? Da falscher Sicherheit und so. Ja, das ist voll so. Aber ich vertraue dir erstmal die ersten zwei Minuten. Mach das. Lass mir auch die ersten drei Minuten vertrauen. Äh, die Lava-Falle wurde ausgelöst. Äh, Pro ist tot. Ne, warte mal. Ja, dann ist es Scherro. Ganz kann nicht gewiesen sein. Wieso? Ah, hier ist auch gerade was hochgegangen. Jemand schießt auf mich? Ich weiß nicht. Wo? Hi. Wo? Hier war nichts. Ja, ist klar. Ach da. Ach da. Ich hab dich von unten gesehen. Bin wieder im Kana Plus. Ich konnte die Waffe nicht aufheben. Warum konnte die Waffe dann nicht aufheben? Ich hab nur mit E drüber dann. Hab ich eigentlich gemacht, aber dann war schon, äh, Shadow dann am Start. Ja, du bist sehr unglücklich gespawnt, leider. Sorry. Alles gut. Das ist das Spiel. Du warst direkt vor mir und dann. Hm. Ich bin in der Schatzkammer. Hi. Hi. Das ist das Spiel des Lebens. Ich bin in der Schatzkammer. Hörst du diese Knöpfe hier? Tag. Was ist das? Da fliegt ein Flieger rüber. Was? Flieger? Was ist ein Flieger? Es ist gerade ein Flieger, der Bomben runtergeworfen hat. Ja. Das ist bestimmt ein Traitorfall. Mit Sicherheit. Das ist aber wirklich ein Traitor. Ja. Mittlerweile ist sie schon vorbei, aber... Wolltest du auch angucken? Okay, dann warst du es vielleicht nicht. Wenn man sieht auch, wo der... Voll hinter der Hüfte. Von da aus schattet der Flieger. Von da... Ah, da hinten? Ja. Von da, wo die Steinsachen da oben sind. Ah, okay. Da sieht man nämlich, wenn man im Spektator ist. Du hast gar keine Waffe in der Hand bei mir. Wer? Lara. Bei mir hat sie. Bei mir nicht. Guck mal, ob sie die im Schritt hat. Ja. Also außer Hiski hat sie jeder im Schritt. Nee. Okay. Aber guck nicht so genau hin, ne? Könnte eine scharfe Kugel rauskommen. Das ist mir unangenehm. Ja, genau. Mir ist kalt. Sneep. Sneep. Hm. Ist das nun wieder so weit? Hi. Hiski? Ja. Ah, klar. Shadow is it. Wow. Ich sehe, ihr habt Spaß. Kriegt ihr mich einfach um? Ja, die kann ich mit dir gerechnet. Ich krieg wohl nicht mit dir gerechnet. Ich brauche den Verdacht auf die Schleck. Ja, aber da bringt man mich doch nicht um. Ah, hier ist ein ja lauter Leichen. Oh, schön. Ich glaube, die war in Ordnung. Ihr schießt da voneinander? Wer schießt da voneinander? Wer schießt? Ich habe Schüsse gehört. Ja, ich habe geguckt, wie die Waffe schießt. Ist ja. Sagt der, der stundenlang dieses Spiel schon gespielt hat. Manche Waffen kenne ich aber trotzdem nicht. Ja, manche ignoriert man auch einfach. Ja, eben. Man nimmt einfach immer die, die dir immer am schönsten ist. Ja, die gerade da ist, nehme ich eigentlich immer. Ja, ich mag die mit Visier zum Beispiel nicht. Die lasse ich dann immer liegen und suche mir was anderes. Sind wir freundlich, Nubi? Wir sind freundlich, ja. Wir sind zu dritt und freundlich. Hi, ich bin auch sehr freundlich. Ich habe eine Katze. Du weißt, was das letzte Mal warst du, die Katze. Richtig. Ja, ich habe aber gewarnt, dass ich zurückschieße. Ich wusste nur nicht, dass ich so reinhaufe. Hallo. Hi, Eski. Hi. Ich gehe wieder. Ich habe eine Diegel. So, wer macht die Lama an? Eine Diegel. Lauf zuerst da rein. Ich gehe da nicht durch. Ich bin lebensmüde. Wieso? Achso, stimmt. Das ist die Stelle mit den... Ja. Durch die Tür kann man nicht nehmen. Nee. Aber ich bin drüber gelaufen. Nichts passiert. Das macht dich verdächtig. Ja, das macht dich sehr verdächtig. Ja. Oder Shadow war gerade abgelenkt. Weil er gerade gegen die Tür geguckt hat. Ich habe Eski im Verdacht. Ich habe mich alle im Verdacht. Ach, jetzt sind wir alle hier. Es ist Sparta. Eski ist es. Nein. Seht ihr, müsst ihr auf mich hören, wenn ich sage, ich habe ihn im Verdacht. Warum denn da drinnen? Und ich habe es noch gehört, ich habe noch was machen können. Ja, ich weiß. Es ist Sparta. Alle gucken zu. Ja. Oh, wer ist es jetzt? Wer tritt? Wer Sparta hat jetzt? Das ist schön. Ja. Ah, nee. Mann, 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 Mann. Mir hat es gefallen. Das ist doch schön. Mietze Katze. Ui. Oh, Mann, Mann, Mann. Ist hier nicht zu fett? Wer ist zu fett? Äh, das will ich nicht sagen. Katze. Katze? Katze. Hallo, Katze, ja. Muschi. Es seht es. Ich sehe dich auch. Das ist ja verrückt. Ach, das ist die Schatzkammer. Jetzt macht die mir Angst. Der fragt, dass ich dich sehe oder der fragt, dass du weißt, dass ich dich sehe. Ja. Und wer von euch beiden ist es jetzt? Du wahrscheinlich. Nee. Doch. Frauen mit Katzen sind immer verdächtig. Ich bin mir sicher, dass ich es nicht bin. Ah, ich habe Nubi gesehen. Ah, hi. Hast du Nubi gesehen? Ja. Nubi, hinter dir ist ein Papierflieger. So schlecht gerade. Whisky, Alter, war wirklich schlecht. Nein, da war wirklich ein Papierflieger hinter dir. Ja, der ist tatsächlich. Was? Warum? Der hat mich vorgeworden. Aua. Äh. Es gibt ja, es ist natürlich, ja. Die Simpsons mit nochmal, die war so, öh. Oh, die Transition. Minecraft Haven hatten wir letztes Mal schon. Ich glaube, Nubi war nicht dabei, ne? Ach so. Ja, ich war, ihr habt ja noch ein paar Stündchen gemacht, soweit ich weiß. Ja, stimmt. Ach so, ciao, 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 schön, dass ihr eingeschaltet habt. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.